Ja, heute sitzen wir hier im wunderschönen Striesen, direkt vor der DC-Redaktion bei uns auf der Couch, der Herr Patton, der Gourmet-Koch, der Meister-Sterne-Koch, Herr Patton. Mario Pattis. Mario Pattis. Herzlich willkommen. Ja, nicht unter einer Stunde mit mir. Nein, nein, Spaß. Also, Peter, ich würde gerne von Ihnen wissen wollen, was, wie, also nochmals auf die Gefahr zurückzuhören, was für ein Kultus in der Welt. Ja, 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 ich reise sehr gerne. Und, ähm, bevorzugen Sie eher den Kinobesuch oder eher die Oper zum Beispiel, gehen Sie gerne immer, das geht nicht, das tut mir nicht leicht gerade. Hallo, Alarmanlage, kannst du bitte aufhören? Danke. Alarmanlage, sind Sie eher jemand, der gerne ins Theater geht oder eben mal zum Musikkonzert oder auch gerne auch mal eine Rockband zum Beispiel sich anguckt im Stadion oder eben halt mal ins Kino geht. Also, da würde ich gerne wissen, was für ein Match sind Sie. Nein, nein, das tust du mir nicht an. Es tut mir echt leid. Also, ich glaube, da ist man nie davor gefeiert. Gut, dann fahr doch. Gute Frau, fahren Sie. Fahren Sie einfach. Oder ziehen Sie einen Stecker von der Akku-Altopatrie. Ja, haben Sie überhaupt noch Zeit? Ja, wir wollen ja, dass was Schönes bei rauskommt. Definitiv, also, wie gesagt, also meine Frage... Dauert es, solange es dauert. Auch wenn meine Fragen ein bisschen obskur sind. Ja, Inspiration, wir waren beide Inspiration. Nein, dann fahr doch, gute Frau. Was waren Sie für ein Auto? T5. Haben Sie auch solche Probleme? Ich würde mich natürlich schließlich... Meine Frage ist, ist das hier die Guglerstraße 1.50? Gucken Sie mal bitte da vorne am Briefkasten. Ansonsten mal kurz drinnen fragen. Wir haben gerade hier ein Interview. Sorry, tut mir leid. Nochmal. canal abgasasia Barack Evola 그렇지 Okay. Allahㅎㅎ Aber heute solange hin. und der sich nicht wie gerade noch mitten. Das r undergraduate hat ein bisschen vermutlich... Ich sehe sehr ».